Hallo, wenn ihr auf HTTPS umstellen wollt, dann ist Teil des Prozesses, dass ihr die internen Links innerhalb eurer Webseite auf die neuen HTTPS Links umschaltet. Weil in allen euren Beiträgen, ich zeige euch mal ein Beispiel, wir gehen hier auf Posts und gehen mal auf einen Beitrag und sehen hier, also normalerweise würde jetzt nur HTTP hier stehen. Also ich habe die Seite schon umgestellt, daher sieht man das jetzt nicht, aber alle Links, internen Links werden HTTP sein. Und das für jeden Blog zu machen, Blogbeitrag und auch alle anderen Links auf der Webseite, das dauert Stunden und Tage. Und um das zu vermeiden, kann man ein ganz einfaches Plugin nutzen und wir gehen mal auf Plugins und Add New. Und suche nach dem Velvet Blues Update URL Plugin. Bei mir ist es schon installiert und wenn das installiert ist, dann können wir hier auf Tools gehen und dann sieht man hier, dass es hier erscheint bei Update URLs. Und dann gibt es so die alte URL hier ein und die neue hier. Also der Unterschied wird hier eigentlich nur sein, dass es das eine HTTP, Doppelpunkt, Sersche, Sersche und dann die Webseitename und der und dann der neue wird dann in den meisten Fällen einfach nur HTTPS sein, ja, also man klingt das erst hinzu und wir legen fest, wo das überall geändert werden soll, weil es soll halt überall sein, nur das letzte hier. Das sollte man nicht anklicken, sondern nur diese, diese, die ersten fünf. Und dann klickt man auf Update URLs Now und dann werden alle auf der Webseite, also alle Links in der Webseite auf diesen neuen Link umgeschaltet. Genau, so einfach ist das und wenn ihr mehr Fragen dazu habt, dann könnt ihr auch unseren Blogbeitrag lesen, der ist auch in diesem, unter dem, in dem Link unter diesem Video. Und vielen Dank fürs Schauen für dieses Video und wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr die einfach in der Kommentarfunktion hinterlassen oder aber ihr könnt auch in dem Blogbeitrag kommentieren. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr weiteres Interesse an Videos habt. Vielen Dank und vielen Dank fürs Schauen.